Also Benni, was machen wir heute? Boah, ich bin ein Geist, ich bin gruselig. Und passend zum Thema schauen wir uns eine Try Not To Spare Challenge an. Ja! Ihr habt's gehört, also los geht's. Was war das jetzt? Das für'n Spaß. Ich bin so ein Clown. Du Junge. Warum zieht sie sich aus? Es ist nicht gruselig, das ist ekelhaft. Ja. Die hat Karies. Ich glaub da kommen jetzt so Videos mit Jumpscares und so. Aber ich glaub das kommt auch. Der hat ja gemeint, das ist in... bestehenden Stufen, ne? Ja. Ai, 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 ai. Das ist cool. Du bist los. Alter. Okay. Alles klar. Okay, Level 2. Der Berücker bewegt sich. Das ist nur Komplensiv. Ja. Das ist nur Komplensiv. Ja. Hm. Junge. Das sah ein bisschen aus wie Kronk. Ja, das ist so ein Typ, der durch den Wald läuft. Sehr gruselig. Was ist das, wenn es eine Pole ist? Da hätte ich wirklich Angst. Junge. Da hätte ich wirklich Angst. Junge. Oh, eine Hochzeit. Boah. Schönen Tag. Alright. These guys are playing on these tubes. Don't ask me why. What? 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 What the heck? What? 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 What is it? I'm not seeing it. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hm? Okay. What's that? Oh, oh. 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 Level 3. Oh, oh. Hm. Jetzt ist nur gruselig, wie langweilig das ist. Ich hatte es. Was? Das ist ein Schwein. Hä? Was war das? Ein Schwein. Ich bin schwein, was ist das? Die Qualität ist schlecht, man sieht gar nichts. Ist das irgendwie ein Kind, das es rumrennt oder so? Das ist doch das Video von vorne. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, okay, just run, just run! What the hell was that? Jaffe, if you want to go back to France, just run! Okay, just get in, get in, get in! Oh mein Gott! Ooh, ah! Oh! Titzki! Hey, was sollt ihr euch jetzt kurz gesehen? Oh, die Wörterbogen. Super, ein Schwein. Ja. Hm. Also wenn ich mich davon nicht erschrecke, dann müssen sie sich umgehen. Ich weiß, also, das ist auch gar nicht. Ich kenne das. Ich kenne die Videos. Ist das lustig? Na, eher verstörend. Oder weird und so. Ja, ein bisschen vielleicht. Notenstraube. Oh. Das ist doch echt so ein Karton. Was sagen Karton und Kursi sein? Digga! Ach wohl, ach wohl. Hörloch. 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 Hörloch! Digga, das ist eher zum Lacken. Ich weiß er nicht. Ich find dieses Video brauchen wir gar nicht hochladen. Dass danach mal ein anderes Video schauen. Nein, Leute. Passiert gar nichts. Bisschen Dissenviecher. Fokus perfekt gesetzt. Man sieht alles. Fokus. Fokus. Ja. Hä? Hm, na ja. Fokus. 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 Leiser Punkt. Wow. Wir haben einfach zu viele Horrorfilme geschaut, deswegen... Das ist einfach scheiße. Ja... Wir haben Spaß gemacht. Und es gibt viel mehr... Hallo Leute. Wir hatten Probleme bei der Aufnahme gehabt. Deswegen hat das Video so... Plötzlich aufgehört. Eigentlich wollten wir ja mehr zeigen. Und so. Weil das Video uns nicht wirklich so... Erschreckt hat, wie ihr es gesehen habt. Und ähm... Erzählt mal, wie hat euch das Video gefallen? Fand ihr es gruselig oder nicht? Also... Ciao. Ciao...